Hallo, ich möchte in diesem Film euch zeigen, eine super natürliche Eishampoo selbstgemachte. Er ist voller Vitamine und hilft gegen Haarausfall, glänzende Haare. Wir benutzen, also ich persönlich und meine ganze Familie benutzen das seit Jahren und wir sind super zufrieden. Kein andere Shampoo ist so gut wie diese Eiershampoo. Wie das gemacht wird, einfach 1-2 Eier schlagen. Ich zeige euch, in diesem Glas habe ich schon 2 Eier. Und hier mache ich noch eine, um euch zu zeigen. Also spielt keine Rolle, ob Bio-Eier, Freiland oder Bodeneier. Einfach richtig schlagen. Die Eier ist schon fertig. Ihr seht, dann tun wir einfach ein Glas über diese beiden anderen Eier. Und in dieses kleines Glas sind ungefähr 3 Eier. Das ist genug Shampoo für lange Haare, also längere Haare. Oder für ganz lange Haare. Einfach die Haare mit warmem Wasser nass machen. Und dann die Shampoo mit dem Shampoo waschen. Aber was ich, ein ganz interessanter Tipps. Einfach den Kopf nass machen, mit Wasser, warmes Wasser. Danach Ei über die Haare massieren auf die Kopfhaut. Und dann einwirken lassen. Ungefähr 20-30 Minuten. Damit die Vitamine in die Haut reinwirken. Damit die wirken für die Haut und die Haare. Das ist sehr wichtig für die Haarwurzel. Das ist mein ganz wichtiger und ehrlicher Tipp für euch. Das mache ich und ich bin sehr zufrieden. Denn ich benutze das wirklich mit Einwirkungszeit. Seit viele, viele Jahre. Und danach, damit die Haare nicht nach Eier riechen. Und damit das frisch riechen. Benutze ich 2 Löffel Apfelessig. Und der Rest warmes Wasser. 2-3 Löffel. Oder ihr kocht Brennseltee. Ist noch besser. Brennseltee. Und 2 Löffel Essig. Kombiniert mit Wasser. Und nachdem die Haare sauber gewaschen sind. Und richtig abgespült mit klares Wasser. Danach kann man zum Schluss mit Essig wasseressig. Und zwar, ich mache, um euch zu zeigen, einfach 2 Löffel. Kann man auch 3 fast. Kann man auch 4 Löffel Essig. Der Apfelessig verschwindet vor Haaren. Nicht, dass ihr denkt, das riechen die Haare nach Apfeln. Nein, der Geruch verschwindet in ein paar Minuten. Und glänzend stärken die Haarwurzeln. Und jetzt werde ich den Rest glas voll machen mit warmem Wasser. Und das war's. So, ich habe Wasser in dem Kocher ein bisschen warm gemacht. Und jetzt über den Essig. So, ja, Zimmertemperatur. Oder, ich habe ganz warm gemacht. Nicht zu heiß, sondern warm. Damit man, ja, die Haare abspülen kann. Und dann habe ich... Das ist eigentlich ein fantastisches Eierschampoo. Beste Shampoo für mich der Welt. Und zum Abspülen, wie gesagt, erstmal mit klares Wasser und danach mit Aquelessig. Nach diesem Essig über die Haare, den ihr schon getan habt, nicht mehr ab. Nicht mehr spülen mit klares Wasser, sondern so bleiben. So stehen lassen die Haare. Ich wünsche euch alles Gute und bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tau. Tau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017